Um offene Schichten anzulegen, gehen Sie unter Dienstplanung auf den Wochenplan. Klicken Sie auf eine Zelle in der ersten Zeile. Tragen Sie wie gewohnt Start- und Endzeit sowie die Pause ein. Wählen Sie den Tätigkeitsbereich der Schicht und die Anzahl des benötigten Personals. Speichern Sie den Eintrag. Die offene Schicht wurde nun erstellt. Zusätzlich können Sie per Drag-and-Drop eine bereits erstellte Schicht aus dem Wochenplan in eine Zelle der ersten Zeile ziehen. Der Tätigkeitsbereich der Schicht wird in diesem Fall übertragen. Mitarbeiter werden nun über die offene Schicht benachrichtigt und können sich per App bewerben. Bei Bedarf können Sie auch direkt Mitarbeiter jeder Schicht zuweisen. Das System legt automatisch die Schicht für den Mitarbeiter an. Um Bewerber auf die offene Schicht zuzuweisen, öffnen Sie die Schicht im Wochenplan. Unter Bewerber klicken Sie auf den Haken rechts in der Zeile, wo der Name des Bewerbers steht. Der Mitarbeiter hat nun die Schicht erhalten. Zusätzlich können Sie im Dashboard unter Bewerbung auf Schichten direkt das Fenster der Bewerber öffnen, um Mitarbeiter der Schicht zuzuweisen. Schichter, schicht Gericht